Musik Trimis Gewag. Ivavers Bunura. L'implant Tira. La stanza de Controla. In sé, il cerveja della Gewag. Davendo qua, fa girare il maina servetze in Roland Conzac tot l'ardera. In der Stato, in una notte quieta. L'inges, catalisaturs, turbines, il feo in pinja, tot ci fa per cumont. Fin ossa, la pinja non sia ci sia int passabler material. Das Bett im Ofen ist zu dick. Also ich kann das Bett nicht mehr belüften, wahrscheinlich auch nicht trocknen und habe Schwierigkeiten, das Material zu verbrennen. Dramatik nun es qua. Il reagisce e va subito a verra ci funziona. Dalla stanza climatisada ora tante las maschinas. Id es ciot, id es da dort ed ime zaint il feo. Tot e no rument ar del bain o main bain. E la lavour dal maina servetze n'est d'igualizera ora qua. Il feo arda d'arge exakt. Ma da controllar d'amobler d'erpu. Qua, per exemple, si ne corren in l'ur imbujen. Also, ich versuche erstmal zu analysieren, was für Störung ich habe. Wenn ich eine Flüssigkeit austreten habe, ob ich was schmecke, ob ich einen Geruch habe. Oder vom Prinzip ja weiss ich anhand der Schilder, was es für Flüssigkeit ist. Quai ist important? Qua da una schurma de Dacids e Substanzas chemicas ci ponir privluses? E per quai is a de verbra pro? Les cinch müde il servetzen. Roni lo stuzzo surpille fin luna. Jut. Was defekt ist? Das haupthois defekt. So. Schweilwasser haste, Max. Ciao. In tante Roland consacva a chasa kutz, da in no unge guard a tot l'implant. L'ardera de rument de la GEVAC, de la Corporation de Communes & Regions, per l'allontanament de rument in Grigion, sul territorio de Trimis. Qua ven ars il rument Grigion, passa 100.000 tonnes ad on. Toquist de rument, ci va in aint, nu va bis su ed orde Ciamin, orde quell daia Energia. L'ardera non es buena ardera, ma er una producente d'Energia. Tot nos rument va tras quiste grifle. Ses tonnes material rivle de dozar la jade, di per di per di. Quiste bonura tila da man una donna. Griflade per griflade, star taglia meina crana Katja Baumgartner il rument. Il descuiet, frais ci neclimatisar e spuizir, nu spuiz guain somana. Da wird das Material, das geschreddert und gemischt ist, aufgestocknet. In der Nachmittag- und in der Nachtschicht wird das in Punkt 2 durchtransferiert. Cooool! Genial! Bist du die erste Frau, die das macht? Ja. So ungefähr. Sie fragen manchmal schon, stinkt es nicht? Dann sage ich manchmal ja, man gewöhnt sich daran. Also, ich merke es nicht mehr gross. All'entrada, quart avant la sol, la geva Gesper Riviere e Nicole Scherra se prepara per se servizem. Elles urvalia, ce ci va inforni e quant ce qua paisa. Guten Morgen! Guten Morgen! Ist gut? Kannst du boi abladen? Die Dänen muss jetzt nichts machen. Die haben Karten, die sie sich selbst einwägen. Ja. Kann man für Grischen kälten? Ja. Ist gut? Darf ich abladen? La balancia mesura quand pais ci va in aint et quand ci va in hora. Exact la differenza v'en misse in quinte. Per quai eset ad ihr beplanin in schna? Sonst dürfen sie ihre Runde und mein Häuschen drehen. Ja. Innavò ila Centrale da Comando. Il meina servets nada dira al Rapport quotidien scomince di il azote din quart. Guten Morgen! Also gestern Morgen ist gut gelaufen, haben wir die Rost-Sitzen-Kontrolle gemacht vor Linie 2. Um die 11 Uhr rum hat es gepläuert. Ots nulia da Spezial. Quai setze dienot in chun. Tres servetsens de maina crana d'aia ad una otte ures al toc. Tempe wunde per surnir de totes sorts per la griffla. Einen Whirlpool habe ich schon geschreddert. Polizeijackene habe ich schon gefunden. Schaufensterpuppe. Neu eingepackte Matratzen, wo noch nie jemand draufgelegen ist. Fliegend im Bunker. Il Bunker 1. Quel es so großartig, ci vanaient 7000 tonne rument, per congualar, qua era a 10.000 tonne rument, a Don. Qua ven Majdats, a Paes, a Startiglià, fince tot il Paestruil es un Majdül pront per nier Pavla al fü. E quai 24 ures, 24, 365 dies, a Don. Il Aegeva crivener charges de personas privatas, cuishta da in öl, les paquetada cun in gin, ed lesbissurpreises. Weisst du, dass das meine einzige Spiisse sind, die ich habe. Irgendeine andere. Was nehmen Sie mit? Ja, immer, wenn ich mit meinen Enkeln mit dem Schuh fahre. Ich habe nur Tourenschi. Ah! Das ist eben, wenn der Mann aufladet. Brauchen wir das wirklich nicht mehr? Bist du sicher? Das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde es nicht machen. Il Cribble, ades Vanir, il Schiissbontuarnar. In la Halle des Ciargiara-Mannuardotts, Christian Müller, Cigira Cochitocca. El vetsa Ciccivaint il Forn, ed el inscontra d'une d'Arcea, clientela congevus speziales. So ältere Leute kommen mit einem Sack und sagen, ich will dann aber in den Ofen sehen, dass das weggeht. Dann gehen wir halt so rauf. Das ist ja die elste Leistung. Es geht auch gut. Es ist kein Problem von denen. Das machen wir schon. Was sagen Sie denn, was Dine haben? Einmal war ein Anwalt da und dann hat mir gesagt, was er Dine hat. Dann habe ich gesagt, mir gehen es nicht an, ich setze ihn auf. Er sagte, aber wissen Sie, das sind noch die Scheidungsunterlagen für Brigitte Bardot und Gunther Sachs. Die haben er jetzt im Keller quasi damals. Und jetzt müsste er weg. Dann habe ich das aufgetan und weg. Ich schaue mich. Jetzt noch keine Ahnung. So eine spannende Stelle. Nein, denn zu uns immer auf dem Armageddonkängen wo man le bekommt. Böhm, der ist ja so, ... Das bleibt jetzt bis es etwas höher ist und dann lassen wir es aus und das geht in den Schräder. Aus den Augen, aus dem Sinn, ja. Das ist in diesem Job eigentlich schön. Am Abend nimmt man nichts mit Hause, es ist alles weg. Und am Morgen fängt es wieder neu an. Man muss sich nicht Gedanken machen über Sachen, die den Tag durchgegangen sind. Ja. Das ist die Kreiere Prümavista. Wenn man hier schaut, was übrig bleibt, sieht man, wie es einen grossen Teil Mineralig ist. Wir sehen auch relativ viele grobstückige Metall-Sachen. Hier ist ein Edelstahl-Gastrobehälter, der herausgekommt. Wir sehen hier eine Dose, eine klassische Konservendose. Hier ist ein Blattdruck. Wir haben hier unten eine Flasche, eine Thermosflasche. Ja, nichts. Kein Schadet gefunden. Aber man kann sehen als Faustformel in 100'000 Tonnen Abfall, dass wir in einem Jahr verbrennen sind, rund 5 kg Gold. Aber eigentlich sind die Aluminiumkomponenten und die Kupferkomponenten die einträglich sind und auch die grösste Umwelt- und Klimanutzung haben. Denn diese Metall brauchen recht viel Ressourcen und Energie, um sie herzustellen. Auf der Welt wird die Verbrennungstechnik, die in der Schweiz schon seit Ende 60er Jahren, respektive noch viel früher, aber an so einem vernünftigen Standard seit Ende 60er Jahren, dass man das in der ganzen Welt auch anfängt zu exportieren. Es ist auch das Richtige und wenn man die Energie noch draus aus dem Abfall nutzt, dann ist das einfach vernünftig. Es beginnt so, dass der Film von Lagevac ist. Ein Film von Toxik, der zum Beispiel ein Teilmenschbläres Substanzen gibt, wie die Eier, durch die Wra, die Ionisage, die Katalysage, die Freidantae und die Sommepulie in einem Prozesskomplex. Der Film ist, nach einer Reihe der Büchens, die Gräunze und die Pichens, durch das ganze Fabrikat. Ich finde es, dass es ein netter Wunder gibt, bei mir und dem Chamin. Und da ist es, dass es sich in der Nähe des Zitzers gibt. Und da ist es, dass es sich in der Nähe des Zitzers gibt. Es gibt eine kleine Räde von Cialurs in Distanz für Zitzers. Tuttintot hat die G-Wag OZ eine Räde von 65 Kilometern. Um die Energie zu transportieren, wird es lieber mit den Rumänen, Schott-Cialurs, in der Zeit. Das war der Leut. Der Leut war im Jahr von 1980. Er war in Rumi. Er war so, bis zu 90 Jahren. Er war mit einer Turbine. Er war die Kaleine. Er war in einem großen Park. Er war die Kaleine. Die Sonne, die die Sonne, die erneutig sind. Die Sonne, die das Feuer macht, verweigert wird in ein großes System der Büsse. Und mit dieser Sonne, wird die Sonne transportiert zur Distanz. Für die Sonne, wird es aber auch hier in Zitzers geschehen. Wir sind drei von diesen Kaldemens. Wir sind in Anquart, und drei Kappi größer als ein. Wir sind in Zitzers, in Nez, in Boromons, in Reit, und dann haben wir eine 3,7 LG-Wacke, die wir in den Konturen haben. Die Kapazität, zum Beispiel, bei ca. 4 oder 5.000 KM, bis zum 1.15 KM, bis zum 1.15 KM, also das ist schon eine große Kauze, mit diesem Kaldement. Es gibt auch die Distanze und die Elektrizität. Der Nostrum entfällt der 3,5% der Elektrizität grisjohne, erläutern die Chases, Offizien, Fabrikas, Hospitals und Scholes, von Lankwart bis nach Coira. . Kommt ihr nicht raus? Ja, nicht mehr Messer! Stopp, 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 stopp! Ja, nicht, ja, nicht. Wirklich, ja, nicht. Du machst uns den ganzen Drucker kaputt. Du musst jetzt einlassen, du darfst ja nichts machen. Ja, also Action, das ist normal. Also, der Flamme. Ja. 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 Du schaffst mich! Und schon hat er seine Wendt. Sie ist in der Zentrale, dass Marcel Rietberger auf dem Arm ist. Er ist der Patron des Föts und er ist in der Kraft. In Momenten, man zieht viel Dampf und es geht um die Zöpfchen. Ich vermute, dass es die Brenzkerkorte gibt. Er ist für sie. Der Kuck in Pinna muss sich melden, als der Föte arbeitet. Der Föte arde mit 20.000 Grad. Er riecht 8 Tonnen Lure und erfordert Energie mit dem Vapur. Sie werden, zum Beispiel, der Plastik arde più fern. Der Prozess schreit der Equilibre und die meine Servizen, die reagieren. Quai fall unic, con agua, air e la meccanica del forn. Il Föte Il Föte Il Föte Il Föte Il Föte Und Il Föte und die ganzen Finanzen der Pina nun wollen in Avenir mehr auf und in der ganzen Prozess mehr einfach und nicht. In diesem Stitt, in diesem Pauvres und in diesem Rente quasi zu baden haben wir einen Stütz für die Arche-Ate. Weisst du was, ich gebe dir die Leiter runter. Dann machen wir eine Trinkpause. Wir haben den ganzen Ofen stillgelegt, damit wir den Rost wieder auf den Vordern anbringen konnten. Man kann sich vorstellen, dass die Temperatur eine grosse Abnutzung ist. Das muss man jedes Jahr, einmal, sicher austauschen. Die gröbsten Beschädigungen wieder auf den Vordern anbringen. Es geht nach den Cincimez, Lardera und Serra-Las-Portas. Es waren 109 Lieferungen heute insgesamt. Und was bedeutet hier den Preis? Das sind 372 Tonnen. Für Nicole Scherrer war es eine typische Service für ein Diderstand. Es ist so hart, aber es ist so wichtig, dass man den Rost wie in den Rost ist. Wir haben ihn. Aber er arbeitet noch nicht. Es macht man den Rost. Wir haben sie schon ein paar Beispiele, Das sind die Vorderwände der Restanz. In den Medien resten 60 Tonnen die per die. Wenn beide Förderbände laufen, dann hat es viel mehr, oder? Material. Das ist nicht so viel. Ja, jetzt müssen wir Revisionen machen, weisst du? Ich glaube. Darum läuft jetzt noch eine Förderbahn. Die Firma Keppeli ist in Compensada der Dirculas Restanzos. Sie transportieren sie hier, sie werden recycelt und geponiert. Etwas kommt auf Ruau, eine Deponie hier oben. Etwas kommt auf die Havanne. Wir führen das zusammen auf Keppeli. Es ist verschieden. Die Verwärter wird in der Flur. Das ist die Verwärter. Die Verwärter wird nicht so viel. Die Verwärter wird in der Flur. Die Verwärter wird in der Flur. Und die Verwärter wird wieder auf den Flur. Die Verwärter wird in der Flur. Das ist das Rote Cuarra, und das ist das Rote Cuarra, die den Filtrador des Füm hat eine direkte Konsistenz. Jetzt ist er das Aire-Las-Nov, müdte der Serviette. Guten Tag, Marcel. Marcel, Salute. Roland, Moé. Nichts. Auch nicht. Jetzt greife ich hier ein, nehme ich aus dem Automatikbetrieb raus. Und dann kann ich die Automatik einziehen. Auf der ganzen Fläche. Und das ist, wie immer, der Müll. Das ist ja noch ein wichtiger Faktor, die Homogenisierung des Mülls. die Homogenisierung des Mülls. Dass er immer ... ... ein bisschen ... ... ein bisschen ... ... den gleichen Heizwert hin. ... vom ... ... dem Müll. Dann hat er auch die Schicht vorne. Da muss er weniger eingreifen. Dann kann ich den rechten Haufen. Später kann ich ihn dann selber wieder ein bisschen verteilen. Elektronik ist recht, aber ohne Überwachung. Ohne Mensch geht's nicht. Geht's nicht, nein. Im Moment war der Automatik. Und Marcel Fausch war da und guck, schon meine Servietten zu stehen. ... die Schichtspannung. Erstaus zu Nosilzunix in Totla-Gewag. Und ihr habt jetzt den Zweiten, die ganze grosse Anlage im Griff? Ja. Ja. Oskar. Sicher nehmen wir ihn im Griff. Bei uns war Fynn und die Il-A-Gewag. Bei Roland Konczak ist er ein Einzelpür. In dieser Sünder, er hat der Cesserweizen benöt. Fynn alle 5.00 Uhr. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Rundgang, wo die Kontrolle durchgeführt wird. Kontrolle heisst sehen, schmecken, hören, riechen. Gucken, ob der Leckage ist, ob alles in Ordnung ist. Höre auch keine besonderen Töne, die nicht hierhin gehören. Also für mich ist dieser Rundgang in Ordnung. Kann eigentlich mit ruhigem Gewissen die Nachtschicht weiter voran hin und die anderen Räume inspektieren. auf deinem Tag zu werfen und die anderen Räume verkaufen sind. Hände in Ordnung. Auch hier sind die Nachtschicht. Eine Zeit, danke. W-N-D-D-E-U-L-M-D-E-U-D-E-S-A-D-N-D-T-A-N-D-P-A-N-D-E-U-D? Vielen Dank.